Oh mein Gott, yes, das ist voll doll. Yes, das ist Mariam Joseph, oder was? Glaube ich auch. So, bitteschön, Mariam Joseph, einen schönen guten Tag. Hallo, ich bin Horst. Du? Ja. Seit wann? Seit 19 Jahren. Irre. Hallo, ich bin der Andreas. Passt. So, jetzt müssen wir aber auf ein Pferd zu sprechen kommen. Ja, also das Pferd ist ursprünglich meinem Großvater, meinem Opa, der ist früher für den Besitzer Trabrennen geritten. Irre. Was ist das? Das ist nicht sehr schwer. Man sieht, das Stück ist eine Skulptur, vermutlich ein Pferd. Haben wir Beschädigung bei dem guten Tier gefunden? Ich habe das Stück umgeworfen und eine kleine Ecke beschädigt. Hier gibt es einige Splitter hier in der Struktur. Mhm. Möchtet ihr denn was haben, damit ihr das Tier in gute Hände abgebt, oder was? Also 500.000. Passt das? Wirklich stattlich. Meine Schätzung liegt bei 2 Euro. Oh, sehr schön. Was soll ich sagen? Irre. Ihr Lieben, bitteschön. Vielen Dank. Tschüss, ihr Lieben. Das ganz klart Pferd. Eigentlich haben wir keine richtige Strategie. Okay. Das läuft. Der ist wirklich ein Hengst. Hallo. Guten Tag. Das ist eine starze Hengst, hast du mitgebracht. Jawohl. Wollen Sie verkaufen? Sehr gern. Sehr geil. Ich starte ganz galoppierend und zwar mit 5 Euro. Ich mache mal weiter mit 8 Euro. Da bin ich weg. Ich mache weiter mit 15.000. Da soll man wieder einen Sprung hier machen. Vielleicht ist es ja auch ein Sprungpferd. 1700.000. Wollen Sie? Sehr gern. Ach, mein Gott. Vielen lieben Dank. Oh, Schaffen. Dankeschön. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hör mal nicht mal Feuerholen, Tierture.